Guten Tag, mein Name ist Brie. Ich wohne gleich gegenüber. Guten Tag. Ich habe Ihnen eine Kleinigkeit gebacken. Herzlich willkommen in der Nachbarschaft. Danke, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ach bitte, das ist doch nur eine Kleinigkeit. Es tut mir leid, aber ich bin gerade sehr beschäftigt. Eine Sache noch. Ich habe gestern seltsame Geräusche aus Ihrem Haus vernommen und wollte bloß sicher gehen, ob alles in Ordnung ist. Seltsame Geräusche? Entschuldigen Sie, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie sprechen. Ach, diese Geräusche. Das ist bloß unser Hund Terry. Er hat Harnröhrenkrebs im Endstadium. Oh, das tut mir wirklich leid. Ich werde gleich mal nach ihm sehen. Natürlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich habe dir doch gesagt, du sollst still sein.